Heute? 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 Hol ich mein neues Wohnmobil ab. Es ist kein Wohnmobil, es ist ein Karstenwagen und den werde ich jetzt die nächsten paar Tage, Wochen ausbauen. Und werde natürlich dabei Videos machen. Also, heute holen wir ihn ab und ihr seid dabei. But don't pretend I took you the wrong way. The city lights are bright and loud, roaming around you all the time, hailing in Taxi, shouting out to get to you. I was in a crowded club, I know surrounded by people and get alone to get on their way. Ja, mein neues Auto. Ich sitze jetzt in meinem neuen Auto, habe es aufgeholt und fahre jetzt... anwärts. Und ich freue mich total drauf, den in den nächsten Tagen, Wochen auszubauen. Also, in den nächsten Tagen. Ich bin die Bestebahn. Woo! Ahh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 4,50 Meter Innenraumlänge 1,80 Meter breit 1,90 Meter hoch Also für mich reicht es allemal So, jetzt geht es am Innenausbau Ich habe ein Bett und einen Lattenrost Den Lattenrost habe ich bei Ebay für 10 Euro geschossen Die Matratzen habe ich geschenkt von einem Kumpel Das heißt, mit Material, was jetzt da drin ist Habe ich insgesamt jetzt 50 Euro hier ausgegeben Ja, hält sich bis jetzt in Grenzen Ich habe hier noch Dämmmaterial Das wird jetzt dann verbaut Auch billig gekriegt von 25 Euro Also von dem her Sind wir jetzt bei ungefähr 75 Euro Und das ist einmal eine Riesensache Ja, jetzt heißt es umziehen Und dann fangen wir mal an Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal